Samstag, der 20. Juli 2019. Es ist 19.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern. Bei der Ziehung der Lottozahlen. Mit Mirjam Hanna. Und Herr Löchchen, liebe Tipper, da sind wir wieder live und in Farbe und voller Tatendrang. Schauen Sie mal, er wächst und gedeiht. Unser Jackpot, lassen Sie uns die Kugeln zum Rollen bringen. Unsere Ziehungsgeräte sind startklar und überprüft. Wir sind es auch. Ich sage viel Glück und Ziehung frei. 12 Millionen haben wir in den letzten Ziehungen nach der Zwangsausschüttung ansammeln können. Das freut mich sehr. Chris hat unseren Jackpot also am Mittwoch nicht rausgehauen. Sehr schön ist das. Und so kommen wir zu unserer ersten Kugel heute. Und das ist die 35. Aber ich möchte wirklich nicht unerwähnt lassen. Und ja, ich liebe derartige Geschichten. Dass ein Tipper aus Sachsen am Mittwoch knapp 2,5 Millionen Euro gewonnen hat. Mit seinem einfachen Sechser. Ohne die Superzahl. So schön kann das sein. Kugel Nummer 2 ist das. Ist die 5. Lotto-Geschichten. Generell baue ich immer total auf. Letzte Woche habe ich die Geschichte von zwei Freundinnen gehört, die sich in Sechser, das waren 1,2 Millionen Euro, aufgeteilt haben. Ja, davon kann ich nie genug bekommen von solchen Geschichten. Kugel Nummer 3 ist die 24. Und das lädt natürlich zum Träumen ein. Chris sagt ja immer wieder, er will ein Urlaubsfabizil für sich ganz allein haben. Ich würde alles so gern aufteilen und mir einfach mit meinen Lieben eine schöne Zeit kaufen. Kugel Nummer 4 ist das. Ist die 9. Und Sie? Liebe Tipper, was würden Sie denn machen? Oder was haben Sie vielleicht schon mit einem Gewinn gemacht? Schreiben Sie es mir. Die Adresse wird am Ende der Ziehung eingeblendet. Wir sammeln nämlich die schönsten Lotto-Geschichten den Sommer über. Kugel Nummer 5 ist das. Ist die 36. Liebe Zuschauer, schauen Sie doch mal ganz genau hin, wie so eine Ziehung hinter den Kulissen abläuft. Entweder zu Hause mit der 360-Grad-Kamera oder kommen Sie uns sehr, sehr, sehr gerne hier besuchen. Anmeldung unter saattotto.de. So, unsere letzte und sechste ist die 29. Und hier sind Sie, sechs hoffentlich gute Zahlen. Was brauchen Sie noch zum großen Jackpot-Glück? Die super Zahl natürlich. Und die ziehen wir jetzt. Ich sage nochmal, viel Glück und Ziehung frei. Jupp. Zwölf Millionen. Da stehen Sie. Lauern hier und warten auf Sie, liebe Zuschauer. Sind Sie dabei? Und viel wichtiger die Frage, haben Sie die richtige super Zahl? Die Aufklärung gibt es in 3, 2, 1. Es ist die 2 heute. So, und wir schauen uns natürlich auf dem Monitor alle eben gezogenen Zahlen nochmal gemütlich in sortierte Reihenfolge an. Hier sind die Lottozahlen. 6 aus 49. 5, 9, 24, 29, 35, 36. Und die Superzahl ist die 2. Die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien haben wir wie immer im Vorfeld der Live-Ziehung gezogen. Hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel. 77, 3, 4, 6, 8, 6, 3, 2. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 0, 6, 3, 9, 5, 4. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sorgen für eine schöne neue Lotto-Geschichte nach diesem Samstag. Und lassen Sie mir auch zukommen. Alle Gewinnzahlen finden Sie gleich zum Nachlesen auf lotto.de. Am Mittwoch geht es hier wieder los, pünktlich um 18.25 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original. Spielen beim Original.